Hallo, schön dass du reinschaust bei Banner Lords, der Old Dreams, spielen wir immer noch, also den Mod. Und ich habe nichts an der Grafik gemacht, warte kurz, ich schaue mal eben ob wir da irgendwas machen können, dass wir vielleicht hier im Frame Limiter, äh ist eigentlich egal, ähm es ist nicht mehr so dunkel aussieht. Woran könnte es liegen? Das, die wir nicht denken können können können, dass wir wahrscheinlich nicht mehr so dunkel aussieht. Das fahre ich nicht. Ja, Hi geht bestimmt, oder? Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Das würde aber nichts ändern an der Tastion größer. Ich gehe sonst aus, oder? Das ist vielleicht kein blödeschen Tast, oder? Achso. Heller, heller. Machen wir mal ein bisschen heller. Machen wir mal so. Ist jetzt zwar schon so stark, warte, vielleicht nicht ganz so. Okay. Ist das jetzt... Äh. Äh, die Bäume. Das sieht jetzt nicht wirklich besser aus, oder? Wäre doch ein bisschen besser ist es. Man erkennt zumindest was. Aber ich weiß jetzt nicht woran es liegt. Ich weiß jetzt... Ist das an dem... Am Kontrast... Oder am... Müsste ja nicht am Kontrast liegen. Machen wir nochmal runter. So. Das sieht irgendwie komisch aus jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das jetzt wirklich verbessert hat. Aber vielleicht sieht das auch einfach so aus. Ich glaube aber irgendwie nicht, dass ich komisch muss. Ja, das stimmt hier nicht. Ach. Das hier wird es gewesen sein, oder? Ein bisschen runter wieder. Machen wir mal. Äh. Dann nochmal so. Da passt es irgendwie nicht so ganz. Hm. Wir haben nur noch drei Leute. Ach ja. Da war ja was. Okay. Wir müssen irgendwie gucken. Dass wir irgendwo... Was ist denn da los? Man of Moor. Empire of Man. Und das brennt gerade glaube ich. Sollen wir mal versuchen so ein Dorf zu überfallen? Sollen wir mal versuchen so ein Dorf zu überfallen? Also hier? Hier ... 4 Infanterie, 4 Ranged. Okay das schaffen wir doch, oder? ich glaube unsere fahne ist doch nicht die passt die schaffe ich doch so was wir machen das jetzt so was kann man denn hier für befehle gehen auf einen circle so und wir wollen ein paar beschwören formeln die jetzt auch einen circle ja also wir beschwören gleich noch mal welche Das war's. Nein. Können wir mir jetzt mal umgehen. Achso, ähm. Würdet ihr vielleicht angreifen? Moment mal. Äh. Ein bisschen Schaden, oder? Ja. Sie. Ich habe ja gesagt, wir schaffen es. Und wir haben nur 7 verloren. Aber davon waren es nur 6. 6 Beschworene und ein normaler. Schauen wir mal, wie viele wir... Genau, einen kriegen wir wieder. Das heißt, wir haben nichts verloren. Aber auch nichts gewonnen. Ja, die nehmen wir mit. Was soll's? So viel tragen können wir gerade nicht. Das Pferd haben wir selber. Oh, ist zu schwer. Okay. Gibt's auch Gewicht? Hm. Anscheinend. Wie ist sowas schon? Ah, schauen wir, das ist besser als meins. Ah. Das sieht doch ganz gut aus. Die sind auch besser als meine. Da ist sogar ein Bogen. Hm, so ein Bogen wäre auch eine Sache. Ich will aber eigentlich eine Armbrust. Ich probiere den mal aus. Statt dem Ding. So ein Schild lass ich mal drin, weil... Keine Ahnung. Kapazität zu viel. Okay, dann schmeißen wir die hier weg. Müsste jetzt gehen. Okay. Wir brauchen mehr Truppen, damit wir mehr Zeug schleppen können. So, ich kann einen rekrutieren. Von meinen Gefangenen. Ich mach das jetzt mal. Kann ich noch einen? Nee. So, das ist Ranunenfutter. Und dann überfallen wir jetzt einfach in ein Dorf. Zu dritt. Zu viert. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen... Bei der Tür vielleicht irgendwas. Ja, probieren wir das mal. Oh, schau mal, das sind noch mehr. Ah. Noch mehr Deserteure. Wir könnten den Ritter hier begleiten. Und versuchen, ihm immer zu helfen. Und uns so ein paar Sachen zu erschleichen. Ein paar Untote zu erschleichen. Indem wir dann auf dem Schlag steht. Ähm. Meine. Sollen wir einfach folgen. Ich würde gerne den Bohr und den Sinners haben. Ah. Ich bin sehr gut im Tor. Ich schließe glaube ich. Dann schließe ich mal. Ähm. Genau. Ich spüre einfach nur. Der Tor. Und halt mich sonst im Hintergrund. Wobei die können euch. Wissen was? Nein da. Das war's wahrscheinlich schon mal. Oh oh. Ich verstehe. Der hat auch nur die Billig-Skelette dabei, der Typ. Aber schau ihn dir an. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Jawoll. Siehste mal. Zack. Genau das wollte ich. Einfach ein paar Skelette vom Startfeld ergaunern. Und die setze ich wieder runter jetzt. So das passt. Perfekt. Jetzt habe ich wieder mehr Platz. Jetzt kann ich das ganze Loot auch mitnehmen. Sehr gut. So und wir haben sogar gelevelt glaube ich. Ähm. Moment mal. Das Pferd hier ne. Das tue ich mal raus. So. Ich will zu Fuß unterwegs sein. Weil wenn wir jetzt diese Taktik hier weiterfahren. Das war schon mal Speycraft. Wir können hier was leveln. Damage in spells to 30% less damage to troops in your party. Das ist gut. Party leader. Gain 5% advantage in simulation battles. Was auch immer das bedeutet. Das ist auch nicht schlimm. Und das hier win. Ich glaube das hier win. Ja. Was gehen denn das hier rein? Ja. Ach so. 90% weniger Schaden an mir selber. Das ist nicht verkehrt. Bei meinem Spielstil. Ich weiß ja nicht was der macht. Und wo der herkommt. Ich will hier was lernen. Das geht aber nicht. Vielleicht. Jetzt hat es nicht genommen. Wann? Hat es jetzt genommen? Ja. Da haben wir keine Punkte. Vielleicht muss ich hier unten so einen Punkt freischalten. So einen Punkt zur Verfügung haben. Um ein Zauber zu lernen. Was ist das vielleicht? Das müssen wir mal ausprobieren beim nächsten Mal. So wir haben gerade keine Magie. Aber wir haben jetzt 23 Leute. Ich begleite den Ritter hier einfach mal. Kann ich mich ihm anschließend so direkt? Ich weiß nicht. Was ist dein Name, Stranger? Ich muss mich dem Manfred erst mal anschließen. Wie geht das? Nein. Mein Clantier ist nicht hoch genug. Wir brauchen ein besseres Clantier. Das kann ich jemand über die Tür sprechen. Hm. Also. Fieks habe ich nicht. Was heißt Fieks? Ich weiß es nicht. Oh. 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 Hat sie Gold? Sie hat Gold. Ich kann dir was kaufen, oder? Nein. Ich kann dir Sachen schenken. Oh. Alle? Das wird nicht funktionieren, ne? Auto aufwachen. Äh. Verstehe. Ich gehe nicht so ganz. Oh. Okay. Ich gehe mal wieder. Lieber wieder. Bevor sie sauer wird. Weil ich irgendwas anklicke, was ich nicht sollte. Da hinten sind noch so ein paar. Die könnte ich jetzt jagen. Die sind ja jetzt wieder langsam unterwegs. Kriege ich die? Ich bin bisschen schneller. Okay. 15 Gegner. Sollte machbar sein, oder? Die schnappe ich mir jetzt. Meine Truppen sind ja auch etwas besser. So. Das ist Quatsch. Wir gehen hier rein. Commander ist Mounted. Wieso das? Ich bin doch gar nicht Mounted. Ich hab doch das Pferd verkauft. Oder rausgenommen aus meinem Elementar. Nicht. Ich will nicht gemounted sein. Das ist Romanen. Was ist das hier? Helden. Na bin ich eben der Held. Und ich bin nicht gemounted. Doch ich bin gemounted. Kann ich absteigen? Nee. Okay. Ich beschwör gleich mal. Bisschen Kanonenfutter. So liebe Truppen. Und ich werde mir irgendwann beschworen, ne? Ja. 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 Ich habe 10 verloren, sie haben 9 verloren, aber ich habe 9, das ist nicht das Wichtigste. So, und wir haben wieder Toben, eher blichen, eher Toten beschwört und unsere Toben können auch wieder leveln ziehen. Ja, wird doch. Wir fangen den immer mit. Den Loot. Ist ein besonderer Loot dabei. Die Rüstung ist besser, viel besser. Aber unsere sieht besser aus. Ach du Schande. Okay, das passt nicht so ganz, aber es ist halt einfach besser. Ich... Nein, ich bin halb einer. Ich weiß, die andere ist besser. Aber die sieht besser aus. Ich gehe mal ein bisschen nach Optik in dem Spiel. Wie ist das? Wie ist das? Achso... Der lebt. Moment, jetzt. Der haut ab? Oder die Gabriella haut ab? Ich reite mal ein bisschen weg. Wieso bin ich so langsam? Weil ich im Wald bin? Wahrscheinlich. Oh, da sind aber viele. Ich versuche, den mal auszuweichen. Ich bin extrem langsam. Was ist jetzt los? Oh, schön. Wir haben eine schöne Lichtung gefunden. Wir haben eine schöne Lichtung gefunden. Oh, ich könnte alle Leute heilen und mich selber auch beschädigen, das machen wir jetzt mal. Sehr gut. So. Oh. So viele Tesserteure hier. Bin ich hier immer noch besucht, das müsste ich ja, ne? Ich versuche mal hier in die Gegend zu kommen. Warte mal kurz, warum bin ich eigentlich... Was ist denn das mit dem Pferd hier? So. Jetzt bin ich doch schneller unterwegs. Mein Pferd hat gelahmt, glaube ich. Und ich hatte halt keinen Sattel, deswegen war ich langsamer. Schau mal, 10, 30 Tesserteure. Hm. Das ist eine relativ starke. Wir schauen mal, ob ich jetzt wieder in die Stadt komme. Das ist eine Schlacht. Okay. Ne. Das heißt, wir müssen unseren Kram immer noch in den Dörfern verticken. Ich könnte mich mit denen anlegen. Oder mit denen da. Ich glaube, die würde ich sogar schaffen. Die Ungur-Dinger sind ja nicht so heftig. Aber wenn es zu viele wären, ist es auch zu gut. So, die haben 1000 Gold. Ich verkauf mal. Das Schweinchen. Achso, Moment. Kriegen wir schon? Ja. Das geht ja. Etwas. Die Änderungs-Dinger sind ja cool. Der ist wenig Gauss. Dass ich es dann vorgenommen habe. Im Nase. Sie sind ja egal. Ich muss jetzt die Sattel. Du hast das. Ich bin mal fertig. Ich bin bloß der Kram. Mit ihm. Oder unsere Truppen wieder aufstoppen... Oh, unsere... Ach stimmt, die können ja alle leveln noch. Ja, das machen wir doch vielleicht mal. Und zwar will ich Speerbälle... Farben. Also, die nehme ich auf jeden Fall mit. Tier 5 sogar sind die. Sehr gut. Mhm, 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 mhm. Ich will immer den starken oben haben, die schwachen unten bis auf den da, das ist... ...Kanonfutter. Passt. Jetzt glaube ich sogar ein bisschen schneller geworden. Oh, jetzt raus ist es wieder. Ja. Ungefähr gleich? Denken sie? Ja. 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 Das war meine Reads. Ah, habe ich schon. Das war meine Reads. Das war meine Reads. Und wir haben ganz viele verloren. Nein. Okay, aber at all nur 4 verloren. Das geht.